Hallo, geht's euch gut? Guckt mal an euch runter. Was seht ihr da? Hände, Arme, Füße. Genau. Und jedes Körperteil kann sogar etwas anderes. Wollt ihr wissen was? Ja. Ja. Und sehr lieb streichen. Dass meine Hände wichtig sind, das ist doch jedem klar. Dass meine Hände wichtig sind, das ist doch jedem klar. Das ist doch jedem klar. Das ist doch jedem klar. Das sind meine Lippen, die wollen gar nicht ruhen. Denn meine Lippen müssen immer etwas tun. Die Wörter sprechen. Ja, ja, ja. Kannst einfach küssen. Mö, mö, mö. Und fröhlich pfeifen. Dass meine Lippen wichtig sind, das ist doch jedem klar. Das sind meine Füße, die wollen gar nicht ruhen. Denn meine Füße müssen immer etwas tun. Den Fußball schießen. Den Fußball schießen. Uff, uff, uff. Kannst weise schleichen. Psst, psst, psst. So richtig tanzen. Hopp, hopp, hopp. Dass meine Füße wichtig sind, das ist doch jedem klar. Dass meine Füße wichtig sind, das ist doch jedem klar. 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 Das ist schon toll, was wir alles mit unserem Körper machen können. Probiert es selbst mal aus. Bis zum nächsten Mal im Tamosi-Land.